Jetzt ist es endlich soweit, die Verlosung von meinem Urlaubsseminar My Love auf Kreta vom 1. bis zum 7. April. Und neben mir sitzt die Losfee, die Leonie. Sie möchte aber nicht gesehen werden, deswegen sieht man jetzt nur die Hand von ihr. Und jetzt tun wir noch einmal ein Mischen. So, liebe Jungen, jetzt mach die Augen zu und jetzt sie. Magst du es vorlesen? Jenny Maurer. Jenny, du hast gewonnen. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist mit ganz wunderbaren Männern und Frauen auf Kreta. Und wenn du jetzt enttäuscht bist, dass du nicht gewonnen hast, dann gibt es noch zwei Plätze frei zum Frühbucher-Rabatt. Also wenn du noch gerne dabei sein möchtest, dann melde dich. Und dann haben wir zusammen eine wundervolle Woche, wo es um das Thema Frieden geht. Frieden finden mit sich selbst und allem, was es noch gibt. Dass man immer mehr sich selber erkennt in seiner wahren Essenz. Natürlich darf das Lachen nicht fehlen und die Freude. Ja, es ist ein ganz, ganz wunderschöner Ort. Ich war letztes Jahr schon zweimal dort mit einer Gruppe. Also es ist wirklich ein ganz besonderer Ort, der ja sehr in der Stille ist. Also kein Trubel, sondern wirklich ein ganz besonderes Plätzchen. Und jetzt freue ich mich auf dich, Jenny. Ich rufe dich jetzt gleich mal an. Und für die beiden, die noch mitfahren möchten, ja, ich freue mich auf dich. Alles Liebe. Danke, Leonie.